Ole Ole und stralali, der FC Carl Zeiss goes family. Denn jetzt gibt es sie, die neue FCC-Familienkarte. Ja, richtig, die Familie konnte man auch vorher schon mit ins Ernst-Abbelsportfeld nehmen. Aber jetzt, und das ist der Punkt, geht das günstiger. Glaubt ihr nicht? Doch, schaut mal. Ein Erwachsener erhält eine Karte für einen überdachten Sitzplatz auf der Haupttribüne schon für 10 Euro, wenn er in Begleitung eines Kindes im Alter von 7 bis einschließlich 16 Jahren kommt. Die Karte für das Kind kostet dann auch nur 10 Euro. Wenn also beispielsweise Vati und Sohn zum FCC wollen, zahlen sie nur noch 10 plus 10, also ta-ta, 20 Euro. Das gilt natürlich auch für Vati und Tochter. Oder Mutti und Sohn. Naja, ihr versteht schon. Und was ist, wenn die gesamte Familie zum Heimspiel will? Kein Problem. Die Familienkarte lässt sich auf bis zu 2 Erwachsene und 5 Kinder erweitern. Sind noch mehr Kinder im Spiel, lässt sich das auch splitten. Verrückt, was? Vati plus bis zu 5 Kids und Mutti mit bis zu 5 Kids. Das FCC-Familien-Ticket bietet also sogar genügend Raum für Familien mit 10-fachem Nachwuchs. Doch müssen die Erwachsenen denn unbedingt die Muttis und Vatis sein? Nein, natürlich geht auch die Patchwork-Variante. Und sogar der 18-jährige Onkel kann die Familienkarte mit seiner 16-jährigen Nichte nutzen. Möglich ist natürlich auch die Regenbogen-Kombi, also schwules Paar und Nichte. Oder auch lesbisches Paar mit einem Großneffen. Grenzen gibt's da kaum. Nur die Eltern sollten halt Bescheid wissen. Also nicht einfach ein Kind entführen, nur weil man für ein Zehner zum FCC will. Notfalls eben selber am Nachwuchs arbeiten und schwupps in kaum 8 Jahren die Familienkarte mit den eigenen Kindern nutzen. So oder so, jetzt wird's also günstiger, wenn die komplette Sippe zum FCC-Heimspiel will. Vergesst die alten Preise. Von nun an braucht ihr als Familie nur noch eine simple Formel. Nasen mal 10. Die Haupttribüne des FC Karlsays Jena freut sich auf euch, denn nur gemeinsam sind wir blau-gelb-weiß und laut. Gilt übrigens auch schon für das Heimspiel gegen Zwickau. Gilt übrigens auch schon für das Heimspiel 개iert. Das ist jetzt Richtung der Nichte, bis zum 000mehnischen группen. Das kann man dann auch schon für das Heimspiel gegen 20. Vielen Dank.